Wir sagen euch, um den Lieblatt brennt, seht, die liebste Kerze brennt. Wir sagen euch, um eine heilige Zeit, macht dem Herrn den Weg bereit. Freit euch, ihr Christen, freiert euch, Seel, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch, um den Lieblatt brennt, seht, die zweite Kerze brennt. So nehmt euch ein, um das andere an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch, Seel, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch, um den Lieblatt brennt, seht, die glibste Kerze brennt. Nun tragt euer brennt, der Herr, den Schein, weit in die dunkle Welt, die Neuen. Freut euch, ihr Christen, freut euch, Seel, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch, um den Lieblatt brennt, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, und werdet nicht. Freut euch, ihr Christen, freut euch, Seel, schon ist nahe der Herr. O komm und gelungen, schnell los, schnell los, schnell los, umher, vertreib das nun gelungen zu der Nacht, und durch deine Strahlen, durch deine Strahlen, die du das Gott, freut euch, freut euch, dir hat nicht nahe, freut euch, Seel, und alleluia. O kommst du, unser Mann, servid, du schönes Bringer, wirst du sein Mann, von Schuld und Knechtschaft, Mann und Glein, und von der Sprechlein, und von der Sprechlein, von der Sprechlein, freut euch, freut euch, dir hat nicht nahe, freut euch, Seel, und alleluia. Bereitet den Weg des Herrn von Gisela Baltes Bereitet den Weg des Herrn durch die Wüste der Hoffnungslosigkeit, durch das Gestrüpp des Misstrauens, durch das Meer der Traurigkeit, durch das Labyrinth der Enttäuschung. Bereitet den Weg des Herrn, versöhnt die Verfeindeten, ermuntert die Müden, sucht die Irrenden, besucht die Einsamen. Bereitet den Weg des Herrn, denkt das Undenkbare, hofft das Unmögliche, glaubt das Unfassbare. Der Herr ist nahe. Deine, der Herr ist nahe. wenn man von Gott sich ja sreór, der Herr ist nahe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020